Drei Tipps, wie ich meine Bestform erreicht habe und auf 6% Körperfett gekommen bin in unter 30 Sekunden. Nummer 1, die Diät ist kein Sprint, sondern Marathon. Lass dir ausreichend Zeit, um Gewicht zu verlieren. Setz dir ein Zieldatum und dann lass genügend Platz, um nicht in Zeitverzug zu kommen. Dein Training sollte unverändert bleiben, genauso wie im Aufbau solltest du versuchen, deine Trainingsgewichte zu steigern oder auch am Ende der Diät zu halten, weil irgendwann wird es im Kaloriendefizient schwer, sich regelmäßig zu steigern. Die Wiederholungszahl soll genauso gleich bleiben und nicht höher angesetzt werden. Deinen Kalorienbedarf kannst du mit Online-Rechnern ausrechnen. Hier möchte ich dann einfach den Durchschnitt von einem Online-Rechner nehmen. Ausprobieren. Wenn du zunimmst, würde ich die Kalorien reduzieren und wenn du abnimmst, passt alles. Wenn du gleich bleibst, würde ich erst mal 1-2 Wochen beobachten. Das waren meine Tipps in 30 Sekunden. Falls du noch mal ein ausführliches Video haben wolltest, schreib es in die Kommentare. Gebt dem Video ein Like und abonniert mich natürlich.